Was brauche ich denn heute? Ich brauche auf jeden Fall was zu trinken. Vielleicht, oh, ist das die Pizza von gestern? Hey Julian, was machst du da? Sag mal, willst du zum Spielplatz? Nein, nein, nicht zum Spielplatz. Ich wollte jetzt ein bisschen Proviant einpacken, Mama. Ist doch okay, oder? Also ich wollte später oder gleich zu Burg. Zu einer Burg wollte ich. Zu einer Burg? Was denn für eine Burg? Wir haben doch gar keine Burg hier in Playmobil City. Die muss ja außerhalb liegen und da willst du hin? Alleine? Also alleine kommt das auf gar keinen Fall in Frage. Nein, Mama, Mama, ich muss nicht raus schon, aber das ist ein bisschen kompliziert. Nein, ich bin hier, ich bin hier, mach dir keine Sorgen. Ach so, dann meinst du wahrscheinlich die Spielzeugburg. Was für eine Spielzeugburg? Ich hatte mir schon Sorgen gemacht. Dann viel Spaß bei der Spielzeugburg. Ja, danke, aber... Grüßen wir ein paar Ritter. Bis dann. Hä? Hä? Spielzeugburg? Ach, dieses Schloss von Emma. Das meinte ich aber gar nicht. Na, egal. Soll ich das mitnehmen oder nicht von gestern? Aber das ist bestimmt noch gut. Ja, kann ich noch essen. Kein Problem. So, alles ist eingepackt und jetzt kann ich zur Burg. Hey Julian, wo willst du denn hin? Wo ich hin will? Zur Burg. Ich will zu einer Burg. Ich möchte auf jeden Fall mitkommen. Ja, wenn du willst. Kannst du gerne machen, Emma. Ich habe auch ein bisschen was zu essen mit und was zu trinken. Das sollte für uns beiden... Nein, eigentlich nicht. Oh, ich freue mich. Das wird total spannend. Dann können wir ja zu Fuß da hingehen. Ja, genau. Das ist auch nicht weit. Los, komm, folg mir. Okay. So, wir sind da, Emma. Wie, wir sind da? Ja, wir sind da. Hier ist doch keine Burg. Die ist doch draußen. Hier noch nicht. Ja, aber warte doch. Also doch, wir müssen hier in meinem Zimmer bleiben. Und dann können wir zur Burg. Hä? Ach Julian, ich hatte mich so gefreut auf die Burg. Und jetzt hast du mich noch veräppelt. Kannst du doch. Nein, ich habe dich nicht veräppelt. Das ist ja echt gemein von dir. Nein, das ist kein Streich. Hey. Hm, wenn es so ist, gehe ich wieder zurück. Nein, nein, nein. Emma, 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 Emma. Bleib hier, bleib hier. Ich erkläre es dir. Also, ich war letztens bei so einem Zauberer, bei einem Magier, ne? Und der hat mir so einen Zaubertrick gezeigt, wo man sich, äh, man kann sich hinwünschen, wo man will, ne? Echt? Ja, ja. Und ich will auf eine Burg. Und ich zeige dir jetzt, wie das geht. Der hat mir den Zauberspruch dafür erklärt. Hm, ganz wichtig, Emma. Du musst meine Hand halten, okay? Oder meinen Arm. Irgendwas musst du halten. Okay. Okay, alles klar. So, wie ging der Spruch jetzt nochmal? Lass mich mal überlegen. Hm, warte, warte. Abrakadabra, Simsalabim, auf die Burg. Da wollen Emma und Julian hin. Ja. Aaaaaah. Aaaaaah. Hey, Emma. Emma, wir sind da. Es hat geklappt. Ja. Hab ich dir auch gesagt. Es hat geklappt. Aber wo ist die Burg? Wo sind wir? Hä? Wow. Emma, schau mal, wie riesig das hier alles ist. Ist das eine Mauer? Boah, ich glaube schon. Ja, ja. Und vielleicht, oh, ich glaube, wir müssen nach da oben. Schaffen wir das überhaupt? Das ist doch viel zu hoch. Emma, das müssen wir jetzt aber schaffen. Los, folgen wir. Wir gehen jetzt, äh, da hinten lang. Okay. Okay, nach da oben. Komm. wird ein langer weg vorsichtig vorsichtig ja müssen wir wollen doch auf die burg da los kommen okay jetzt sind wir oben aber ich sehe keine keine und kein tue ich sehe gar nichts war mal lassen wir um die ecke schauen nein guck siehst du da da müssen wir hin oder das ist aber ziemlich weit weg und wir müssen uns auf jeden fall beeilen loskommen ich glaube ich glaube wir sind hier gerade auf so einer brücke emma und ich schaue mal runter das ist ja ziemlich hoch da geht es ganz tief runter mir wird schon ganz schwindelig ich kriege ganz weiche knie ich kriege pudding knie emma wo müssen wir denn jetzt noch mal lang nein 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 noch nicht noch nicht boah emma guck mal guck mal guck mal guck mal guck dir mal diesen riesigen baumann so was von mir in black mobile city aber nein die sind nicht so groß ist ja riesig ist tausendmal so groß wie ich höh 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 was was ist das denn emma siehst du das da vorne guck mal guck mal die ganzen schlösser hier hä hä haben die hier weswegen schließen die dann hier das gitter ab vielleicht waren das fahrräder und die wurden gestohlen ja das kann sein hier werden anscheinend viele fahrräder gestohlen also ich werde hier mein fahrrad nicht hin tun du auch nicht und und jetzt welchen weg müssen wir denn gehen nicht aber du julian ich habe kein fahrrad stimmt ja vielleicht später kommt wir müssen jetzt weiter siehst du siehst du siehst du diesen turm oder die burg irgendwo nein nicht weg was ist das denn was denn was denn ist ein riesengroßes viel so groß wie dein fuß was ein ekliges krabbeltier wo denn wo denn ich sehe nichts ich sehe nichts wo denn alles ist glaube ich schon weg immer einmal guck mal guck mal wo sind wir hier nein auf gar keinen fall und das ist ja und das ist alles so riesig hier und guck mal guck mal wie viel wald ja ganz gefährlich nein 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 wow siehst du immer siehst du das sind gleich da diese die sie richtig groß aus so kommen gleich haben wir es geschafft los komm ich kann nicht mehr doch los komm wir sind gleich da guck siehst du wir sind schon viel wie näher dran es ist trotzdem noch weit kannst du mich tragen ich habe ich habe meinen rucksack auch nein kann ich nicht tut mir leid wo es kommen das ding hat sogar ein balkon wir können uns auch vielleicht hinlegen oder so ein bisschen sonnen ich bin so kaputt bin ganz müde ich kann nicht mehr laufen aber du musst aber alles viel zu groß einmal los komm jetzt so jetzt müssen wir nur noch hier hoch los kommen ich zeige dir wie einfach hoch springen siehst du ganz einfach ja das geht hier aber hier geht das ja hier geht das das ist doch kein problem für uns hier gucken wir können hier wir können hier wir können hier durch durch dieses schlüsselloch hier ja komm es hat funktioniert ja siehst du so und jetzt müssten wir gleich da sein das ist ja riesig immer immer dreh dich lieber nicht um das 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 sieht so aus wie so ein komisches monster eng so ein komisches wesen aus dieser komischen welt hier woa oh oh ich kommt der schaut uns an ich kommt der schaut uns an was für ein monster oh mein gott wie hässlich wir haben was für ein monster wir müssen hier weg ja 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 ganz schnell oh gott der kommt immer näher der kommt immer näher wir sind wieder zurück das war so was von knapp was was war das nur für ein monster so grässlich ja ganz 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 schlimm was ist denn hier los bei euch warum schreit ihr so mama da war ein monster ein ganz ganz rieses monster mama es war riesengroß ja und ziemlich hässlich ja und ich glaube ich krieg albträume ich auch ach julian und emma spinnt doch nicht rum hier ist kein monster ihr habt wirklich eine blühende fantasie ihr könnt aber direkt runter kommt zum essen boah julian das war ein richtiges abenteuer abenteuer aber auch total gruselig mit dem monster ja das war ziemlich schlimm aber die burg war eigentlich ziemlich cool und mann wenn du nicht dieses vielleicht war das auch so das monster was die burg bewacht das kann ja auch sein das kann ja auch sein oh mann aber vielleicht können wir irgendwo anders hinreisen mit dem spiel ja vielleicht da wo keine monster ja das wäre ziemlich cool oder ja ja